Bin ich ein Kriegsverbrecher? Tatsächlich, irgendwie, schon. Ich habe in mein Spiel ein Health Pack eingebaut, das mit einem roten Kreuz gekennzeichnet wird. Und meine Community hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht erlaubt ist. Ich habe das erstmal recherchiert und, wer das Symbol unerlaubt nutzt, verstößt gegen die Genfer Konvention und macht sich damit in der Theorie zum Kriegsverbrecher. Oh, hey, ja, das wusste ich nicht. Also habe ich das Kreuz grün gemacht und jetzt sollte alles passen.